Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde beziehungsweise zu meiner ersten Runde hier auf dem Kanal Brainbow. Ich habe das privat schon öfters mal gespielt, aber ehrlich gesagt noch nie aufgenommen und das möchte ich einfach mal tun, denn das hier ist heute mein Verlosungsvideo und da muss ich ja hier in Brainbow nicht unbedingt gewinnen und muss mich da auch, na gut, ich muss mich schon ein bisschen konzentrieren, aber es ist jetzt nicht hier irgendwie der ausschlaggebende Punkt, sage ich mal. Und zwar, Leberleute, erkläre ich euch jetzt noch ganz kurz, um was es hier bei Brainbow geht und dann möchte ich, so, du hör auf, hör auf uns, nein, okay, ich bin schon einmal gestorben und zwar an der Seite seht ihr hier Punkte, da steht blau 16 und rot 12 und die Zahlen bedeuten immer Leben. Das bedeutet, wenn jetzt jemand von blau getötet wird, geht die Zahl von blau runter und die Zahl von rot dafür hoch. Das bedeutet, wenn einer von Team rot jemanden von Team blau tötet, bekommt Team rot einen Punkt dazu und sonst bekommt eben Team blauen Punkt dazu und so weiter. Genau so läuft das. So, der ist erstmal tot. Und jetzt möchte ich euch erstmal erzählen, was es zu verlosen gibt. Und zwar, ihr könnt einmal, zweimal, ein Monat auf Gomme HD gewinnen, also ein Premium. Das bedeutet, ihr habt dann quasi, also es haben zwei Leute die Chance zu gewinnen. Einmal, eben wie gesagt, ein Monat Premium und noch einmal ein Monat Premium und dann, damit es auch mal fair ist, noch ein drittes Angebot. Und zwar hier auf DustMC habt ihr dann die Möglichkeit, auch einmal ein Monat zu gewinnen. Das bedeutet, insgesamt können drei Leute gewinnen. Und das finde ich eigentlich schon ziemlich nice. Vor allem, weil ich jetzt nicht irgendwie ein, drei Monate geben wollte, sondern ich wollte einfach mehr Leuten was bieten. Und, oh je, jetzt bin ich da auch noch runtergefallen. Und, aber wir sind derzeit schon in Führung. Das finde ich schon ziemlich krass. Vielleicht treffen wir den ja. Haben wir den getroffen? Ne, wir nicht. Oh doch! Ach, was? Was war das denn jetzt für ein monstermäßiger Schuss? Ich bin das Monster von Loch Ness. Nein, er ist fast tot. Er ist fast tot. Okay. Ähm. So, der ist auch tot. Hä, wenn ich so weit schieße? Ne, der war jetzt nicht von mir. Komisch. Komisch. Ähm, auf jeden Fall wollte ich euch damit jetzt nur mitteilen, dass ich... So, der ist auch tot. Tschüss. Ähm, dass ich eben die Sachen jetzt verlose. Und jetzt erzähle ich euch noch ganz kurz, wie ihr teilnehmen könnt. Jedes Kommentar, ähm, ähm, beziehungsweise jeder Kommentar nimmt nur einmal teil. Das bedeutet, wenn ihr zwei Kommentare schreibt, dann seid ihr automatisch disqualifiziert. Ihr könnt zwar zwei Kommentare schreiben, aber nur, wenn es nicht um die Verlosung geht. Das heißt, ihr könnt einmal schreiben, hey, geiles Video, beziehungsweise Kritik beim Video hier lassen. Aber das andere Kommentar muss dann ausschließlich, ähm, nur für die Verlosung sein. Am besten ihr schreibt dann einfach, ähm, ich nehme bei der Verlosung teil und dann einfach, ähm, am besten den Betreff... Oh, zwei Leute nur noch, dann haben wir die Runde ja schon gewonnen. Was? Was ist denn hier los? Der da unten möchte uns auf jeden Fall töten, aber das sehe ich nicht ein. Das sehe ich überhaupt nicht ein. Oh, da haben wir uns nochmal gerettet, aber es bringt uns ja nichts. Es bringt uns wirklich nichts. Zack. Warte, zack, kann ich das hier abbauen? Ja. Zack. Eins, zwei, drei, vier, fünf... Oh, nein, ich hätte es noch fast geschafft. Fast, fast. Aber wisst ihr was, Leute? Wir schauen das so auch noch. Oh, ne, ich lasse mich einfach mal runterfallen. Ist doch jetzt scheißegal. Auf jeden Fall, Leute, ähm, schreibt ihr dann einfach am besten, ich nehme teil, dann den Server und das war's, ja. Ähm, meine Bedingungen sind, ihr müsst einfach Abonnent dieses Kanals sein, denn ich möchte es ja nur an Abonnenten verlosen und nicht an irgendwelche Leute, die dann in der Google Suchleiste eingeben, Verlosung, nur dass sie irgendwo Premium abstauben können. Das ist sowas, solche Aktionen finde ich richtig mies, ähm, denn die Verlosung geht ein Monat und wenn ich dann da sehe, dass die Leute, die da mitgemacht haben, überhaupt nicht aktiv sind, dann werde ich mir da auf jeden Fall auch andere Leute, ähm, aussuchen und dann auf jeden Fall nicht die, die sich da quasi unvorteilhaft einen, ähm, Vorteil verschafft haben. Das kann ich nämlich alles in den Aktivitätsanzeigen sehen. So, der wäre dann auch tot, schön von unten geholt. Ähm, und ja, also wie gesagt, ihr schreibt einfach, ähm, ich nehme an der Verlosung teil, dann den Server, auf den ihr gerne Premium haben wollt. Wie gesagt, zweimal gibt es das auf GOMHD zu gewinnen. Und, ähm, so, Moment. Ey! Nein! Moment, ich habe noch eine Color Bomb. Okay. Bin ich leider noch schnell gestorben. Aber, Leute, das ist nicht so schlimm. Oh, da habe ich ihn noch! So. Okay, da ist er tot. Ähm, ja, wie gesagt, ich möchte eben das für meine Abonnenten verlosen. Also einfach einen Daumen da lassen. Ähm, am besten, ihr schreibt dann einfach. Ah, ich wiederhole mich, Mann, ich kann nicht so reden, wenn ich gerade live spiele und irgendwas dummer klären muss. Ich hätte ein Gameplay nehmen sollen, aber ich wollte einfach ein Live, ich wollte einfach ein Live-Gameplay haben. Ja, ein Live-Gameplay. Ihr wisst jetzt, glaube ich, was ich meine. Am besten einfach, ähm, so den letzten Schuss möchte ich machen. Hey! Oh, da habe ich mich einfach noch gerettet. So. Oh nein, sie verdienen wieder dazu. Nein, das geht so nicht. Oh, jetzt bin ich auch noch tot. Och Mann, Leute. Ja, wie gesagt. Ihr wisst, glaube ich, ich glaube, ich habe es jetzt 20 Mal erklärt. Vielleicht wie Noob, aber ich habe es wenigstens etwas erklärt. Oh, da ist er tot. Und noch einen, den hier. Ja, wir haben gewonnen. Und, wer war, äh, Player of the Match, Benni. Okay, GG. Ähm, ich würde einfach mal sagen, das war es schon von dem Video hier. Tut mir leid, dass es so verwirrend war. Ich sage es euch jetzt nochmal für alle. Am besten, ihr schreibt in die Kommentare. Ich nehme an der Verlosung teil und dann einfach nur den Server, wo ihr gewinnen wollt. Ihr könnt nicht DustMC und GommeHD schreiben. Ihr müsst euch für einen Server entscheiden, wo ihr unbedingt Premium haben wollt. Und dann, ähm, gibt's das auch. Das bedeutet, es gilt jeweils immer nur ein Kommentar. Und, ähm, mehrere Kommentare sind natürlich nicht erlaubt. Es sei denn, es ist Kritik zum Video. Daumen da lassen. Abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und wie gesagt, ihr wisst das. Schaut einfach in die Videobeschreibung. Da steht alles. Und ich würde einfach mal sagen, Leute, haut rein und ciao. Oh, shoot.